Servus, ich bin der Charles und hinter mir seht ihr schon die Wüste, in der ich gerade nicht bin, aber vor zwei Wochen noch war. Danke, dass ich dabei sein darf bei dem Summit. Liebe ist ein zentraler Teil unseres Hierseins auf Erden. Es ist eine Erforschungsreise. Dürfen wir lernen, uns in die Liebe zu entspannen und uns erinnern, dass wir von unserer Herkunft her Liebe sind. Und es mag sich erst mal verrückt anhören, aber das ist die Essenz unseres Hierseins. Und gerade in der momentanen Weltsituation sind wir bereit und fähig, letztlich als Diener der Liebe hier zu sein, als Botschafter der Liebe und nicht zu meinen, wir sind zu klein, was zu bewirken. Nein, wir haben alles dabei, was es braucht, um gerade in der jetzigen Weltsituation die Türen in das Neue zu öffnen. Und es braucht unsere Selbstliebe, unsere Selbstwertschätzung, dieses Gefährt, unseren Körper auch wertzuschätzen, ihn wirklich in Liebe zu bewohnen und dann aus uns diese Herzenskraft, diese Liebe sprechen zu lassen. Und dazu laden wir ein. Und wenn wir das Samen legen können, ist einfach Freude da. Danke.